Hereinspaziert bei Fliesenkortus in Senden bei Münster. Unser Fliesenfachbetrieb ist spezialisiert auf Bad- und Terrassengestaltung, aber auch bei allen anderen Anliegen rund um Fliesenverlegung können Sie auf uns bauen. Mit unserer langjährigen Erfahrung und Fachkompetenz sind wir Ihr Ansprechpartner für Badmodernisierung und Sanierung, die individuelle Gestaltung Ihrer Terrasse oder Ihres Bades sowie Fliesenlegung in Wohnräumen, Küchen, Kellern, Dielen und auf Treppen. Um Ihr Bad individuell und genau nach Ihren Wünschen zu gestalten, arbeiten wir mit kompetenten Handwerkspartnern zusammen. Sie und Ihre Wünsche stehen bei uns im Mittelpunkt. Daher unterstützen wir Sie in Ihrem Vorhaben schon von Anfang an. Durch sorgfältige und detaillierte Planung erzielen wir hochwertige, langlebige und kostenoptimierte Ergebnisse. Wir freuen uns auf Ihren Auftrag.